Also anscheinend soll diese Karte kommen, ne? Toti-Icon-Karte. Also wenn die kommt, das wäre brutal. Ein 95er Toti-Icon-Hullit. Wie geil dieses Design auch aussieht, ne? Mit dem Toti im Hintergrund und dem Icon. Das ist mal was cooles, neues, was die A sich einfallen lassen hat. Oh, das ist einfach Blendgranate, ey. Das sieht schon krass aus. Stats sind nur predicted, aber so eine Karte wäre brutal.